Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Outlast von Es Juckt Mich von Es Juckt Mich genau ja wir haben hier grad unseren kleinen Freund gefunden der will uns hier ein bisschen verraten aber irgendwie hat er keine Lust mehr du hast ne Treppe durch den Versprassung ooooh Junge ja das wird uns alle holen ich bin tot sehen wird irgendwas irgendwas passieren ich hab der Checkgang wo er ist es juckt mich Mama Marius das wissen wir das wissen wir nein ich glaub der Werther hat auch nichts mehr zu machen guck mal links oder das hier ja hier wo ich hab grad ich hab grad ich hab grad nichts mehr zu machen ich hab grad die Nüsse verstanden Nüsse ich brauch Nüsse Nüsse scheinliche Nüsse scheinliche Nüsse ich hab die Richtigkeit durch da lass mich ich muss dir ein Geheimnis verraten guckte noch nicht bei für den german gesellschaft leisten oder widerlesen junge schreiber bitte in die kommentare das schreibt es bitte in die kommentare der kann wie geil das mit einberichten da war der kann es ohne porno sei respekt war immer guck mal doch schon was passiert das wusste ich dass hier irgendwo eine schrecke durch die das vorher gesagt hast du darfst du auch nicht auf dein handy guck ich würde auch das gucken mal meine ich doch so darf ja hier denn ja es läuft noch es läuft noch wenn ich was lustig finde und er hat aber nicht Ich sehe ihn. Sorry. I don't know. We don't know. Scheiße, Mann. Ich habe französische Arme. Hat er dann schon noch ein Baby einer? Wie geht? Warte, he does not. Ein kleiner Aufruf, Junge. Ja. He does not kill. Was? Beef? Oder ist das nicht? Ach so, ne, his enemies. Warte, was heißt das nochmal? Welch Sinn? He does not kill. He did not kill. He is animes. Was heißt animes? Animes. Was heißt das? Animes. Oh, hier können wir durch? Ne. Ist rot. Kommt nicht durch. Gut. Geh negativ. Kann doch gehen wir hier durch. Die ist hoch. Ach ne. Ja. Warte, wen sitzt du hier? Hallo. Ja, ja. Keiner darf. Aber eigentlich sind die von den Grafik her alles ähnlich gemacht, finde ich. Was? Weil sie die Hände verschrumpelt, weil sie die Züge verschrumpelt. Ja, ja. Trotzdem eigentlich schon gut. Ja, schon gut gemacht aber. Ähnlich. Ähnlich. Aber warum holt ihr dich jetzt hier und ich einfach nur Ludolf? Oh mein Gott, da ist sogar ein Ludolf. Nee, da ist ein Muschi Ludolf. Ein Ludolf. Also so geht's anscheinend im Knapp zu wie immer, du wirst verkloppt einfach nicht auf der dritten Nase. genau das war die ja da hält mich der wohlwünsche es sei die zeitig sein er will dich fressen ja ich muss mir ja noch zu den wohnen sollen darüber weil es einfach nicht anders geht zu welchen Hohen sind wir denn? ne ne ich meine den Hohen sollen den Hohen sollen wo der Hohen soll die müsste runter ne voll gerade gut vor ja hallo Manuel ich bin auch schon glücklich MANUEEE hier hier liegt ein wenig Blut aber die Geräusche äh die deck mich bei der umgehendschrank oh achso doch ein Loch ein Loch wie du es einfach hier nicht sehen kannst wer du warum wieder batterie batterie zum nachfüllen ich rede voll leise warum 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 ich hab grad vor das mikrofon gehauen ja spaß 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 mit mit ein bisschen spaß das darf ich jetzt aber nicht vergessen also spaßiger spaß mit ein bisschen spaß und spaß weißt du ja aber nicht so viel spaß also nur spaß sogar spaß und spaß mit spaß ne ja also spaß und spaß mit waren so ein Spaß 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 ohne doppel spaß nicht spaß ohne nicht finde ein weg aus der kanal an einer kanalisation diese freuders finde einen weg aus der analysation da geht es glaube ich nicht lang ich sage schon wieder als ob hier so ludolf angerannt kommt die mani ist ja wieder unterwegs ja da du ja jetzt steige aus dem bett drehe den zu weg hol die ludolfs steige aus dem bett drehe den zu weg auch rufe kurz am unterkommen ich schon erledigen meinen job ja die ludolfs die lassen einfach hier tote menschen in der kanalisation leben schlicht guckst ja guckst ja du guckst hier keine videos du guckst jetzt hier keine videos guckst man junge ich hatte alles gegeben irgendwie da hoch zu kommen guckst lovers steige aus dem bett huf ha 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 die Augen voll innen das ist gruselig gemacht oh jo Zehner Ja gut, was will sie bei Toten-Menschen machen, weil wir Kasten natürlich verlaufen. Platz 1 der Kommentare. Der hier. Gleich so schön. Deutsch. So, ja. Ich pack das scheiß Ding weg. Ja, okay. Wir spielen hier kein Daylight. Mach weg. Was hast du speichert, Alter? Pack das Ding weg, Mann! Er liked Sachen wie Flingowoo, Quirli, Alt-Affield-Games, Nationale Aktivismus. Du verpasst einfach alles! Russen legt euch nicht mit den Deutschen an. Jetzt mach aus! Du hast doch was verpasst. Was? Ja, da kam grad der Endgeist da. Eh nicht. Doch. Eh nicht. Ja, guck dir dann die Aufnahme an. Eh nicht. Niemand guckt deine Video an. Ja. Also deine auch nicht. Naja, das stimmt. Leider. Ich find das eigentlich traurig, dass sich die Ludas so leicht geschlagen sehen. Nö, nö. Die kommen auch wieder. Äh. Ich hab grad eben schon mal drauf geguckt. Ey. Aber es sieht eigentlich sehr nice aus. Aber ich würde da gerne mal hoch. Kennst du aber nicht? Hihi. Musst du aber, du darfst. Ich hab grad, glaub ich, ein Kreis. Jaja. Ne, du musst doch rechts wahrscheinlich. Du musst durch den Spalt. Ich hab ein bisschen Dach. Jetzt machen wir wieder Angst. Oh nein. Guck hinter dich. Guck hinter dich. Oder nicht. Es speichert. An was erinnert dich das? Was? Was? Stell dir das mit Aufgabe 2 wieder invaliden? Irgendwas? Invalide. Ja. Hehehe. An was erinnert dich das? So in groben Zügen. In groben Zügen? Jaja, in groben Zügen. Sieht aus wie ein Hakenkreuz. Hehehe. 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 Thrine. Was heißt denn Thrine? Was heißt Female? Weiblich. Feminin heißt weiblich. Ja. Ja. Ja und ich viel mahle. Doch. Echt? Englisch ja. E-Mail. Aber was heißt? Weiblicher Stöße wahrscheinlich. Ja weiblicher Stöße wird alles durchs Rohr gepumpt. Er googelt jetzt. Hehehe. Ne ne, schon nicht. Das heißt, kann ich ja spielen. Train. Was? Huh! Okay, er spielt wieder. Er hat's versaut. Er hat's versaut. Lächerlos. Jaja. Hier ist ein Drain. Weiblicher Saft. Du hast mich nicht gedreht. 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 Haha. 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 Viel Fresse. Also, ich würd mal Figernägel schneiden, gell? Die Folge ist auch vorbei, Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ablassen. Frauen ablassen. Ja, Frauen ablassen. Und Grissin heißt eben auch Mann, also männlich ablassen. Nein, Grissin heißt gefangen noch. Ja, keine Ahnung. Also, die Frauen werden in einem Rohr einzeln abgelassen. Okay, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dorthin. Ciao. Ja, ciao. Äh. Ach so, ja. Schaut auf unserem Channel auch noch mal vorbei. Äh, von mir und Marius. Ja, wir werden, äh. Die müssen sowieso noch auf unserem Channel vorbeischauen, wenn sie das Video gucken wollen. Nö, die kannst du ja auch so finden. Können sie nicht. Doch. Äh. Lass dir positiv werden, glaube ich, jetzt gefallen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.